Die Stela wird zu dem Geburtstag schon mal gerne wegflexen, aber wie soll ich das so anstellen? Ich hab doch gar keine Moves! Привет, Kamerad! Bist du schon bereit für mein Geburtstag? Ja, und flexen! Kenyon Char, ich bin auch richtig weggeflexend, TFT. Ein Harnold, vielleicht um was zu lösen, blablabla.. Blöd! Hörst du mir überhaupt zu? Statt immer an deinen TFT zu denken, solltest du mal lieber mir zuhören? Ich bin heute Level 21 geworden, nicht denkst du an mich, heute werde ich mal wieder richtig trinken, da, bla bla bla, Uni, bla bla bla, ich bin die Beste, bla bla bla, mein Bruder masturbiert. Oh ja man, oh du geile, wenn du nur was isst, dich fick ich noch, ja genau, für dich habe ich noch was ganz besonderes geblasen. Ja, spuck mir doch ins Gesicht, du nenn mich Patti, Serena Skidito! Hab man die Schwucht immer wieder aus dein Haus gelassen? Und wer habt ihr da schon wieder hinterher gespannt, hörst du da noch was? Get over here! Bruder, wir haben die Lösung für dein Problem, heute ist dein großer Tag, wenn du dir deine Ische heute wirklich gönnen willst, kannst du hier im Hurenhaus deine Moves verfeinern. Oh, im Leben. Oh man, die Szene scheint ziemlich geil aus, die Jungs hatten echt recht. Hm, wo ist? Willkommen im Zuckerbuss Hurenhaus, Tsubarashi Chin Chin, feuchte Hurenträume zu günstigen Preisen. Setz dich hin, mein kleiner Splasher, ich bin gleich bei dir. Ja, mach ich das so mal. Ja, genau. Da bin ich wieder, Boya. Wie ich sehe, bist du zum ersten Mal hier. Ich zähle dir erstmal unser ganzes Programm auf. Wir haben Schoter, Lolis, Fooders, Teachers, Grannys, Tiere, Genderbender, Dominatrixes, all das, was dein Herz begehrt. Verschiedene Stellungen haben wir auch zu bieten. Stellungen? Ja, Stellungen. Wir haben den Fullnetzen, den Halfnetzen, den Screwdriver, den Alabama Slammer, den Jimi Hendrix, den Coba Libre, den Dundel... Und natürlich der Favorite von jeder Jungfrau geliebt. Die Mist und Nachstellung. Wirklich. Für jeden was dabei. Massaker. Sogar die haben sie. Wirklich? Und das war's auch schon wieder, du Camdrop. Hast du dich schon entschieden? Entschieden? Ich bin schon fertig. Hä? Wie ist dein Vater? Wie ist dein Vater? Wie ist dein Vater? Wie ist dein Vater? Wie bist du risch? Wie ist dein Vater? Hey! Meine Mutter hat uns gerade einen 2G Palminis gemacht! Schmeckt dir irgendwie anders? Nja! Ja, okay. Die Mutter hat heute den guten Wodka rausgelassen, Bliat! Heute werde ich mich richtig abschließen, Kamerad! Geil! ... ... Boah, die geile! Gah! Ah! Abentspart! Ah, ah, ist, ist, ist denn ein Hohentraub schon da? Boah, ich kann's kaum erwarten, ich werde meinen dreckigen Achsel hinzuwaschen. Ich bin ein Stück verwirriger in so'n Scheißhaus. Oh, 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 oh! Schon richtig! Na, geil, bei dem Licht kann ich mir richtig geil die Kruste aus meiner Arsch ritten! Nani! Hey! Hab ich da grade Kruste gehört? Oh, ist ja Lissi die geile! Was mach ich jetzt mit ihr? Schießt mir noch glatt das Blutdocksgewehr? Ah, guckst du, wa? Ah, ist mein Dragon Slayer. That thing's too big to be called a sword. Und was ist jetzt mit meiner Kruste? Äh, äh, ne Sokobus-Fort, die ich noch nie gesehen hab und schon gar nicht mit Zeitung in den feuchten Traum zu... Ich hab genug hinter gesehen, um zu wissen, was hier abgeht. Also halt deinen Maul und spread your Cheeks! Kul-fil-Tack. Drei Schiff. Drei Schiff. Drei Schiff. Untertitelung des ZDF, 2020